Gibt es ein bestmögliches Implantat? Ich bin nicht der Ansicht, dass es ein Implantat gibt, was für alle Patienten das beste Implantat ist. Es gibt sehr viele Faktoren zu berücksichtigen, die bei der Auswahl des Implantates mitspielen. Zum Beispiel Alter, körperliche Aktivität, Körperstruktur des Patienten, Knochenstruktur. Ich versuche bei den Patienten das bestmögliche Implantat für den Patienten auszuwählen. Aber das ist nicht ein Implantat.